So, neuer Tag, neues Glück und wir gucken mal hier. Könnt euch das aus? Neues Rezept. Wir kriegen die Schokoladen-Torte. Okay, cool. Was müssen wir denn dafür haben? Schokoladen-Torte. Eine Schokoladen-Torte. Hä? Alter. Ja, aber schon gekocht. Wieso kriege ich jetzt Schokoladen-Torte, wenn ich... Oh ne, ein Preisebär. Hab ich gerade irgendwas Falsches gelesen? Preisebär, Zucker und Apfel. Okay. So, nur Schatzi. So, wir brauchen einen Apfel. Vorne Apfel. Ja, Preisebären. Preisebär. Und einen guten Apfel. Okay. Deine. George, wow. Morgen, äh... Schon morgen geht's los, ne? Morgen fängt der Nachtmarkt an. Da freu ich mich schon drauf. Wenn wir uns auch voll drauf konzentrieren, auf den Nachtmarkt. Ah ja. Überpreisebärsüßigkeit. Zack. Aber nur... Recht. Nein. Nein. So. Können wir hier haben wir das auch. Hier zwei Stück und da zwei Stück. Vier Rezepte fehlen nur noch. Vier Kochrezepte noch. Uh. So, hier. So, hier. Hier können wir rein. Müssen wir jetzt ja ordentlich sammeln können. Zack, zack, zack. Ich will hier ein bisschen sammeln, Mann. Ist ein bisschen vielleicht zu eingebaut. So. So. Komm, wir doch einfach nochmal hier umbauen, oder? Die Doppelknaufe ich schon weg hier einfach. So. Schön. Gut, ähm, wo fangen wir direkt an? Ich würde sagen, ja, komm. Wenn wir jetzt die Leute ab direkt. Fangen wir so direkt an. Ach ja, ach ja, so. Wieder auf noch, oder? Wieder. So. Fangen wir hier um, ach ja, ich stank. Pierre war auch noch dran, oder? Pierre, Pierre, Pierre. Pierre ist auch noch dran. Was war nochmal mit Pierre, Pierre da? Der Kräuter, der Kräuter, der frittierten Fische. Kalimaris. Mal hier. Trotzdem ist er nicht gut, das ist schade. Leo, hi. Hier. Nein, ich will nicht essen, ich will verschenken. Deinen lieben Leo, weil der uns so gerne hat. So. Oh, ein Event. Seufz. Alex, mal ein Event haben. Aber wir hatten schon mit dem Mund eins, ne, glaube ich. Oh, Fioro. Schau dir all diese Bücher an. Ich habe kein einziges davon gelesen. Allein der Gedanke daran ist, ein einziges schon macht mich nervös. Aber du kannst in dieser Welt kein ordentliches Leben führen, wenn du nichts im Kopf hast. Also, das stimmt hier wohl. Ich bin wertlos. Das ist verrückt. Du bist ein Genie. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen wertlos. Ja, das kommt ganz gut hin. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen, sag ich mal. Ja, da hast du wohl recht. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Wenn ich hart arbeite, kann ich alles schaffen. Das ist doch eine positive Antwort. Hey, vielleicht werden wir uns eines Tages zusammensetzen für eine Diskussion über Philosophie. Darüber redet ihr schlauen Leute doch gern, oder? Volle Lachflasch kriegt er. Er hat einfach volle Lachflasch und so ein Schad. Ei, ei, ei. So, Alex, du kriegst den hier. Einen leckeren Lachs. Oh, guck mal. Ich habe schon mal sechs von acht mit ihm. Jawohl. Es geht doch langsam. Es geht doch langsam voran. So. Haben wir Pam noch? Ne, Pam haben wir weg, fertig. Pam, Pam, Pam. Pam haben wir fertig. Wo ist sie denn? Pint? Ja, Penny meine ich Penny. Sam hat mir noch. Alex haben wir... So, den Zerber. Leo haben wir schon. Kennt, wenn es sind, sind also die Kinder noch. So, soll ich noch ein Fertum gestehen? Ups. Kurvis haben wir ja fertig gehabt. Oh, da ist noch jemand hier. Hallo? Ah, die hatten wir auch schon fertig. Okay. Text drin. Ja, hier haben wir die alle. Äh, Vincent und... Er kriegt den, ne? Hallo, Vincent. Hier, bitteschön. Manchmal nicht gut. So ein Blödsinn. Ja, Blödsinn sind Quatsch. Oh, Kind ist da oben. Oh, da haben wir Sam, glaube ich, fertig, ne? Sammy Boy, wo bist du? Ja, Sam haben wir fertig. Sehr schön. Können wir rausnehmen. Sehr, sehr schön. Kent, will ja das Essen haben. Dieses komische Risotto. Kent, du stehst im Weg. So, und hier haben wir ein 9 von 10 jetzt. Okay. Es geht voran, es geht voran. So, wen fehlt mir denn jetzt noch? So, der Zwerg. Jo, gut, wir machen Schluss. Den Zwerg machen wir zum Schluss. Jo, haben wir. Müssen Jess noch finden. Was? Was sind wir noch? Ich will gerne mein Pferd wieder. Ich bin. Oh, Pferdchen, wo bist du wieder, hä? Pferdchen? Nicht da oben stehen lassen. Ach, wir hätten an Bord noch vorbeigehen können. Na, stimmt. An Bord. Hast du noch was Neues? Ne. Leider nicht. Wege verlaufen. So, müssen wir Jess finden. Was ist sie denn? Oh, haben sie, glaube ich, gefunden. Das ist Penny Event. Oh, Fjore. Du kommst wie gerufen. Ich habe die Kinder für einen kleinen Schulaufflug aufs Land gebracht. Weißt alles über das Land eben richtig? Also, ich dachte mir, du könntest heute unser Gastredner sein. Sehr gerne, klar. Sehr gerne. Ausartig. Lass mich nur eben die Kinder holen. Yes, Vincent, bitte passt kurz gut auf. Was haben die denn da zu essen? Die Sashimi? Fertig Sashimi? Fertig Sashimi. Falsches Spiel. Falsches Spiel. Nämlich bei Tales of the Wise. Wir haben heute jemanden ganz besonders als Gastredner. Und zwar den ansässigen Haftbesitzer Fjore. Er kennt das Landleben aus erster Hand. Also weiß er alles über die Naturgüter des Tals. Kann mir jemand sagen, was ein Naturgut ist? Yes? Ein Naturgut ist eine materielle Quelle des Wohlstands. Die in einem natürlichen Zustand auftritt und einen ökonomischen Wert besitzt. Sehr gut, das ist zwei Sternpunkte wert. Cheers. Ja. Okay, jetzt lassen wir uns alle Fjore unsere Full of Mexico checken. Ei, ei, ei. Landleben geht es um die Arbeit auf dem Hof. Landleben geht es um das Sammeln der freien Natur. Ja, ja. Freie ist im Grunde, ne? Äh, kann man beim Penny mal nachschauen? Äh, was ist denn Penny, 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 da? Möchte ich mir eben auch schon. Was geht mit den Finanzen am besten? Äh, noch ein bisschen. Äh. 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 Ein paar Schuhe. Ich finde es gerade nicht. Hä? Bin ich gerade blöd? Hä? Ich bin gerade echt blöd. Das ist doch kein Penny. Das ist ein Jazz-Event. Ähm... Wincent? Kann das auch ein Wincent-Event sein? Äh... Nein. Wem gehört denn das Event jetzt? Hä? Ich könnte... Ich müsste doch ein Penny, wenn du einen diese Opinion so ausfragt. Äh... Oder so. Äh... Ja. Äh... Okay. Äh... Das ist alles. Okay. Blablabla. Also es hat keinen Effekt. Okay, du nimm mal auf die Arbeit auf dem Hof. Okay. Äh... Äh... Der Boden des Tals ist ideal für den Umbau von leckerem Gemüse. Die Luft- und Massezeit ist perfekt für die Tierzucht. So... Äh... Nun, äh... Das ist dann wohl genug für heute. Ihr beiden geht, äh... Vor und spielt ein wenig. Äh... Äh... Was hab ich denn falsch nicht so gemacht? So. Okay, stimmt nicht alles. Ja, spielt hier mal Kinder, ne? Es ist eine Menge Arbeit, sich um diese Kinder zu kümmern. Mich stört das aber nicht. Ich genieße es, ihnen beim Lernen zuzusehen. Hoffentlich kann ich dazu beitragen, dass sie mit aufrichtigen Menschen heranwachsen. Ach hoffen wir mal. Willst du irgendwann ein Kind haben wollen, Fioro? Ah, das ist die Frage. Ah, ich hab aber schon zugemacht. War glaub ich was, ne? So. I want a big family, kriegt 25 Punkte dazu nochmal. Auf jeden Fall. Ich auch, ich bin froh, dass du so denkst. So. Na ja, ich hab ja schon eine große Familie eigentlich, ne? Ich hab ja nur mal so einen Merken. So, jetzt geht's um meine Kamerafahrt später und wir sind durch. Ich bin froh, dass du aufgetaucht bist, Fioro. Die Kinder hatten sicher eine schöne Zeit. Hoffentlich. Hoffentlich. Äh, ich hab mein Pferd wieder. Wir haben hoffentlich auch Jess getrunken. Da will ich mich kurz geben. Kann ich hier? Ja. Äh, Jess kriegt ja eine Fertrose. Vielleicht haben die Kinder jetzt auch was gutes bekommen durch das Event. Und? Sehr schön. Ah, na nicht. Warte. Dann müssen wir die noch machen. So, dann muss ich noch zum Zauberer. Und die Tiere hab ich schon gemacht? Ne, ne? Ne, hab ich noch nicht gemacht. Tiere hab ich noch nicht gemacht. Was ist denn am Sonntag? Was ist das doch hier? Oh, da ist, ne? Da ist der gute Frau. Hallo. Andrea. Was ist denn da? Kursalat. Zu viel Geld. Danke für nichts. So, gut. Dann geh ich mal hier lang. Kreuzding. So. Zack. Hello, Herr Zauberer. Bitte schön, Herr Zauberer. Um 18 immer noch. Ich hätte kein bisschen mehr bei dir. Muss ich gestehen. Dann geh mal zum Zwerg noch eben schnell. Den auch erledigt. Dein Amethyst von mir. Und dann. In unserem Land leben, leben. Was? Dass wir fast alle jetzt durch haben. Dann muss man schon diese blöde Special-Aufangaben machen. Wenn ich die ganzen Rezepte kriege. So. Der hat jetzt 8 mit uns. Sehr schön. Ich brauchte Bomben auf jeden Fall noch. Stimmt. Bomben brauchen wir noch einige. Sehr gerne. Ich hab gerade keine Geld noch. Deswegen kochen wir noch ein paar mehr. So. Jetzt sollte uns wieder Bomben technisch gut gehen. So. Gut. Das kann ich alles zurücklegen jetzt. Na. So. 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 Drei. Sechs. Leute müssen wir noch. Acht Leute müssen uns da gut stellen. So. Na ja. Das ist alles gut. Teilweise fehlt immer noch. Da sind wir. Unglaublich. Machst du einfach ein bisschen mal so. Willst mal so flink sein. Und einfach sagen. Yo. Ich mach einfach alles vorher. Ready. So weißt du. Am Tag. Dass du direkt am ersten News legen kannst. Dann ist die Hälfte der Boden wieder weg. Und jetzt einfach so. Yo. Einfach ein Teil immer noch da. So. Wann schlüpfen denn meine. Ja. Jetzt wüsste ich gerne mal. Die hab ich jetzt schon mal drin. So. Ähm. Soll ich jetzt ein Stück. Nimm mich halt noch. So. Ja. Ich würd gerne noch. So. Ich hab so einen zentralen Platz. So sieht's eigentlich am schönsten aus. Ich muss die echt überall rausreißen. Obwohl. Schinkenplatz eigentlich. Nicht nur. Was sind wir dazu sagen. Das ist ja. Reflectionator Platz. Zack, zack, zack. So, zack, zack, zack. Mach ich jetzt noch ein Ei über? Dass ich verballern kann. Zack, zack, zack. Oh nein. So, sieht sehr schön aus. In seinem Winter. Gut voran. So, das ist das. Gut, die haben wir dann fertig. Dann noch zu unseren Dinos. So. 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 Ein Dinos, habe ich das? Oder habe ich das schon gehoben? Gehoben, ne? Ne. Ist leer. Gut. Fertig für heute? Ich glaube ja. So. Zack, 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 zack. Zack. Gut, was haben wir denn jetzt alles? Wir sortieren mal. So, ich habe hier dann, zack. Den verkaufen. Davon habe ich so viel gekauft. Ne. So, ansonsten. Lassen wir es mal. So ein kleiner Geldbonus heute. Dann gehen wir auf die Farm. Hier. Zack, jetzt vielleicht wachsen. Sehr schön. So, da kann ich noch ein bisschen was ernten. Muss ich aber noch nicht. So. Dann. Wollen wir mal was hiervon? Eigentlich nicht mehr. Schaut gut aus. So. So. Du, du. Du, du. Ich kann auch gar mehr. Warte eigentlich. So. So. Und was machen wir denn jetzt noch? So. 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 Morgen ist der Weihnachtsmarkt. Nee. Morgen. Komm hier schon dran. König der Soßen. Klant heute, ne? Hab ich ja schon gehabt. Verstehe ich das grad nicht so ganz. Äh, wir sollten den Dark World aufheben, ne? So. Auf dem Geburtstag vom Zauber. Sag mal. So. Das ist gleich konstant. Ein bisschen hart pushen. So. Bip, 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 bip. Frieren. Zack. So. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. vag, stammt. So. Hier tenho noch eins von allem. Das kann man dann morgen verteilen gehen. Dann machen wir den Markt. Den sollte ich mir auf jeden Fall schon mal meine Angel bereit halten. Knittröller. Ääää, dann machen wir noch ein bisschen Gold. würde ich sagen mal den Haarstapel so, Angelzeiten müsste genutzt sein dann nehmen wir den mit ähm den nochmal so, gut dann nehmen wir den mit so, da kommt das hier rein da muss ich mal nachgucken jetzt warst du bei Vara oder Angel? das weiß ich jetzt gerade nicht da muss ich mal nachgucken Vara oder äh Weapons was als Tool sind ja, ne? äh, Master ein extra Fishing Level okay und Bewahrer das ist auch nochmal Bewahrer ups, ne so mein iPhone äh Übersetzer Vara äh deutsch englisch Probation äh gibt's doch nicht äh dann müssen wir anders machen geben äh äh dann müssen wir äh da haben wir noch mehr Prävisi Prävisi- ah da haben wir das vielleicht äh den Tickle da versteh ich das wieder nicht das Köder und Tickle die Verwendung nicht gebraucht werden, hast du? das ist ne, dann nehm ich lieber den Meister äh äh dann nehm ich lieber das Meister Level bin ich ehrlich so dann nehm ich lieber das Meister Level so ne, dann bin ich falsch da bin ich dran so, da kann ich das mitnehmen nein, wenn das nur mit dann kann ich das zum Essen packen ein bisschen ekelig, aber gut schön schöne Käferfleisch-Esserei mhm so, gut ja dann machen wir morgen ganz fix schnell die Typen fertig alle wenn wir machen müssen ja, hier ist ja alles voll nein, verwandeln wir jetzt verwandeln wir jetzt manchmal sind sie komisch ein bisschen ernst was so so ach nicht schon ei 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 reicht mal voll dann nimm ich den noch mit rein dann kann ich mich okay so viel habe ich mir kurz noch nie machen so jetzt machen wir noch eine neue hier ne, leider nicht schade so 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 ich bin gespannt auf morgen hoffentlich kriegen wir blöden Fische gefangen aber dann finde ich am besten direkt dann haben wir nur noch 3-7 erstmal um zu erledigen gut nehm ich nur noch hier rein auch silber nice ich kann natürlich meinen Fairy-Dings auch noch den stellen und jetzt einfach alles machen Schokolade ich habe echt Schokoladen-Torte gelesen aber wieso haben wir dann was freigeschaltet gekriegt das verstehe ich nicht das ist ein Wack dass wir was Falsches freigeschaltet gekriegt hatten und deswegen was dann halt so war gut ja morgen fängt das Ding an sehr schön muss ich sagen let's go so sehr schön wir sehen uns das nächste Mal wieder haut da rein ciao 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 Vielen Dank.